Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand. Angebote für Messebau. Ich bin hier bei der Firma Deutz. Die Firma Deutz stellt Motoren her und ich stehe hier zusammen mit Fabian Mehling. Richtig. Sie sind Produktmanager bei der Firma Deutz. Was stellt ihr für Neuigkeiten vor hier auf der Messe? Also wir präsentieren hier unseren modularen Produktbaukasten. Das heißt, wir bieten in Zukunft Antriebslösungen von Diesel angefangen bis hin zu Wasserstoff an. Und mittendrin in dieser ganzen Bandbreite liegt natürlich auch Hybrid- und vollelektrische Antriebssysteme. Herr Mehling, sehen wir hier so einen modularen Produktbaukasten für Antriebssysteme? Genau. Wir sehen jetzt hier einen 360-Volt-Hybriden mit einem modularen Batterie-Package dazu kombiniert mit einem Hybrid-Getriebe. Das heißt, das Ganze zusammen hat ungefähr eine Systemleistung von 100 kW. Und wir können verschiedene Betriebsmodi auch darstellen. Das heißt, wir können einmal voll elektrisch fahren, wir können rein dieselmotorisch fahren. Wir können aber auch gleichzeitig den Akku wieder aufladen, indem wir diesen Motor als Generator verwenden. Welche Maschinen laufen mit diesen Motoren? Die Bandbreite ist eigentlich kaum begrenzt. Das heißt, wir gehen dort derzeit in Applikationen rein. Vom Radlader über den Telehändler, über einen Bagger. Es ist alles möglich. Also das ist ja wirklich neu, dass man emissionsfrei, sprich abgasfrei, auf einer Baustelle arbeiten kann, oder? Genau. Also wir sehen diese Entwicklung tatsächlich. Wir haben die ersten Städte, Großstädte wie Paris und London, die in ihren Ausschreibungen tatsächlich schon Zero Emission fordern. Toll, großartig. Da ist ja wirklich ein Riesensprung passiert. Ja, genau. Also wir bleiben dran. Toll. Toll.